Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Mirage und ich würde sagen, wir machen wieder weiter mit der Story. Okay, im letzten Parton haben wir dann hier aufgehört und wir müssen jetzt erstmal... Okay, Suche zuhause nach Nihal. Okay, dann müssen wir... Ah, ganz zurück wahrscheinlich. Okay, wir müssen hier nach oben hin. Okay, da müssen wir hin. Nachforschungen öffnen. Schauen wir da mal rein. Warte, die Details. Okay, dann reiten wir einfach mal hin, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwelche Fertigspunkte nicht verteilt oder so? Ah, ich glaube, drei Stück haben wir bekommen. Am Ende von der letzten Folge, ja, stimmt, drei Stück haben wir. Okay, da schon zwei Sachen geholt. Und hier bei der anderen bei Nummer eins. Was ist denn da jetzt? Stuhl zu empfangen. Ja, das ist schon echt gut. Da ist dann natürlich auch der King, weil die, äh... Ah, da kann ich alle Wurfmesser wieder mitnehmen. Das wäre schon echt geil, aber ich meine, ich kann da nicht alles auf einmal holen. Das kostet wahrscheinlich... Ah, das kostet wirklich drei, okay. Das kostet zwei, aber ich würde sagen, wir holen doch mal das. Das wäre dann auch gut, aber ich würde sagen, als nächstes, wäre das mit dem Stutzabfangen eigentlich mal ganz geil. Ja, okay, da ist schon mal drin. Okay, da ist die Herausforderung abgeschlossen oder so. Okay, dann reiten wir da, wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal hin. Okay, dann schauen wir mal kurz auf die Map. Okay, da wäre wieder ein Aussichtspunkt. Den haben wir geholt. Ah, wir haben hier wirklich alle geholt. Da haben wir noch einer. Okay, wie sagen wir, müssen wir jetzt den auch denn erstmal. Ich schätze mal, es ist da oben, oder? Okay, dann haben wir wieder einen neuen Ort entdeckt. Ich sehe eben, wo ist das drin? Da haben wir was. Okay, schauen wir uns mal an. Okay, dann können wir nicht, weil das stimmt wirklich, äh, okay, der ist da oben der Aussichtspunkt. Äh, ich glaube, das sollte noch nicht gehen mit dem Hof glättern. Da auf der Seite kommen wir noch, glaube ich, hier rauf. Vielleicht kann ich hier noch rumglättern. Da geht's. Okay, wir sind längst hier gleich oben. Oh, geile Aussicht. Warte, da müssen wir noch eine Truhe oder sowas sein, aber ich glaube, die sind unten. Okay, schauen wir uns da an, wenn wir uns jetzt mal hier hin und synchronisieren, das. Okay, wichtiger Ort entdeckt, wir machen mal die Karte so auf. Ja, da ist es wieder am Punkt. Okay. Da, den werden wir dann erst später oder so holen, aber jetzt reiten wir dann erstmal da weiter. Ich will noch schauen, wo wir zu dieser Tube irgendwie hinkommen. Ja, ich hab' diese Woche ganz unten. Alter, wie sehen wir uns da runter? Scheiße, sind wir im Speergebiet dran? Okay, ich dachte, wir springen jetzt aber noch kurz runter. Was sind wir da jetzt? Hast du den Gegner? Ach, Scheiße. Warte, ich muss mal kurz auf die Map schauen, aber... Da wird mir, glaube ich, nichts angezeigt, wirklich. Aber hat's, mir ist die unten, die Tube. Da wird's auch da hier kommen. Da hat sie mich dann andere. Okay, sieh' auch noch mal zwei, A3 sogar. Vielleicht sogar noch mehr. Jetzt kommt einer wieder hier. Dann rieche ich mich die Augen in die. Arsch, lass dich rein. Ach, fuck. Der ist tot. Mal looten. Mal looten jetzt. Oh, geil, nochmal so. Ach, Scheiße, Mann. Oh, geil. Und, beginn' um. Ich glaube, das waren's alle, oder? Jetzt kann man irgendwie bewegen. Okay. Okay. Komm ich jetzt irgendwie rein, oder so? Ach so, da kommt ich jetzt hier durch. Turplen dann. So, und da ist noch was zum Hallen. Noch eine Tube. Und da ist noch was zum Mitnehmen. Und hier noch mal was. Kann man sich zerstören, hier? Ja. Ja, das ist trotzdem nicht die Tube irgendwie. Ich glaub, die ist einfach oben wahrscheinlich. Ich glaube, es war ein ganz schönes Innern. Wir kommen da rauf, hörte. Du musst doch irgendwo sein, die Tore. Also, ich glaube, oder ist die wirklich unten? Ja, ich glaube, die muss unten sein, weil... Die oben ist ja auf jeden Fall nicht. Ja, ich will jetzt auch nicht nochmal runter rennen. Ja, ja, ja! dann sollten wir nicht wohl da sind ok dann stehe ich mal runter warte mal stimmen wir haben jetzt hier also wir haben da wieder einen aussichtspunkt denken mal wie schon was ich dich you ja 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 na wat er anders heeft ja Da ist eine Tobe drin, alles mitgenommen und synchronisieren Warte, gibt es hier wieder einen Händler oder so? Ich weiß es ganz gut um mal vorbei zu schauen Ok da müssen wir hin, liegt ja eigentlich hier auf dem Weg Ich könnte zum Schneider mal schauen, weil da war noch gar nicht Aber dann erstmal zum Händler Ich grüße dich, schön dich zu sehen Waren dann sehen Ok, wie sie sagen, oder kann ich nicht alles auffüllen? Boah, wir haben gar kein Geld Ok, das ist echt scheiße Ok, Wurfmesser habe ich noch welche So, vier Stück kann ich hier maximal mitnehmen Oder warte, kriege ich noch was zu kaufen? Ich habe ja wahrscheinlich nichts Das ist auch alles nichts wert eigentlich Ich meine, das kann man einfach verkaufen, oder? Ich meine, das brauche ich wahrscheinlich sonst nicht Kommt auf weg Jetzt haben wir direkt elixieren Ok, dann sind wir hier fertig Warte, wo ist denn jetzt der Schneider? Ei, direkt da Sei gegrüßt Schön, dich zu sehen Lass mich deine Waren ansehen Sieh dich um Spare nie an der Panzerung Äh, ich meine Warte, mal verbessern Aber wir, die Montur haben wir gerade, oder? Nein, ich kann eh nichts verbessern, weil Wir haben anscheinend nicht genug Aber was genau fehlt mir jetzt Nur die beste Handwerkskunst Ok, ist egal, wir können sich nicht holen Auf ein andermal Bis bald Warte, ich schau doch mal kurz rein jetzt Achso, okay, wir haben jetzt die zwei Monturen hier Ok Die dich hätte ich jetzt verbessern können Oh, was ist jetzt? Sonst soll ich mir dann verstellt tun? Letzte Richtung. Wasim? Du bist es wirklich? Nihal... Ich... Sag nichts, Sadiki. Es tut mir so leid wie dir. Ich habe dir so viel zu erzählen. Und ich dir. Wir werden einander eine Audienz gewähren. Doch zuerst muss ich etwas wissen. Ja. Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? Vielleicht habe ich dir weniger zu erzählen, als ich dachte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war. Und du? Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder? Weniger Leben. Mehr arbeiten. Woran? Woher kenne ich das? Du hast es gesehen. Auf diesem Ding aus dem Winterpalast. Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern. Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah. Ich weiß nicht mehr, wo oder wann. Nur, dass ich es kenne. Was es auch sein mag, es ruft nach mir. Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften. Und du solltest das auch. Ja, aber natürlich, ruf die Pflicht. Hör schon auf. Ich werde es im Kopf behalten. Wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst, als dahinter. Du sorgst dich wirklich um jeden, oder Basim? Wir sehen uns dann. Der Orden der Ältesten ist noch längst nicht besiegt. Meisterin Roshan brütet sicherlich schon einen Plan aus, um sie auszumerzen. Und vielleicht sollte ich mich etwas genauer mit Nihals Besessenheit beschäftigen. Wie es scheint, versucht Nihal herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet. Okay, dann können wir euch mal mit den Nachforschungen rein schauen. Okay, das haben wir abgeschlossen. Okay, finde die versteckte Städte. Achso, das ist ja nur eigentlich eine Nebenmission. Achso, okay, da haben wir jetzt wieder was. Ich weiß nicht, ist das hier eine Story Mission? Also eine Hauptaufgabe, oder? Okay, wir werden jetzt wieder zurück, wie sie sagen. Oder warte, wir können ja mal schauen kurz, ob wir nichts markieren. Ich glaube nicht, dass das jetzt geht, oder? Wir haben ja eigentlich keine... Ja, wir müssen ja diese Städte finden, aber es gibt ja noch mehr Hinweise, die haben wir irgendwie noch nicht. Noch vier Stück. Ja, ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn. Okay, wir müssen wieder dorthin. Dann machen wir jetzt mal eine Schnellreise, würde ich sagen. In den Reuhofen rein. In den Reuhofen rein. Warte, ich will noch kurz schauen wegen den Aussichtspunkten. Aber ich glaube, wir haben hier jetzt alle geholt. Da haben wir noch einen, den haben wir noch nicht geholt. Und hier halt. Achso, warte mal, ich kriege da beim Fenster vorhin. Achso, das ist ja zu, oder? na beaucoup bei mir noch. Ja. Ich bin dann… äh. Ich bin dran. Na,ival. Ich bin dran. Ich bin dran. Das ist, wenn du gleich loswerfenst. Ich bin dran. Untertitelung. BR 2018